und damit ein herzliches willkommen zu einer weiteren folge minecraft mit am start haben wir hier den ballert und den tuffi der hier irgendwo schon wieder umgeistert wo ist er nur die brücke da hinten rennt er schon wieder also entweder läuft er vor der arbeit weg oder er läuft zur arbeit doch ist das kalzium am haus dann doch hier reingeschossen ja bei dir kracht ganz schön sorge dafür dass eine wegkommt wenn ich mir raus so die frage ist jetzt hier dann oder oder ja ja dann muss man hier an der seite noch solche dinge dran setzen wie hier das sieht cool aus welche dinge hier diese mulden ich habe glaube ich noch 37 und das kommt echt geil ja wir haben ja auch noch unternehmen den was und wurden dann müssen wir ja auch hier hast du schon um die ecke gemacht ja cool mal und wollen wir die decke vielleicht aus labs machen pflastersteinslabs würde ich sagen weil da spawnen allerdings noch keine fischer drauf weil dann wird die decke ein bisschen höher das ist so sieht schon besser aus Das bucht so ein bisschen höher. Oh, das ist doch der Fachmann. Der wundert sich. Der wundert sich, der ist für heute nicht da. Damit wirst du gemeint. Aber da haben wir jetzt keine von diesen Deinchen rein, ne? Von diesen Moossteinen. Wo? Hier drin? Jetzt hier so zwischendurch gar nicht. Aber ich denke mal, so an der Wand. An der Seite da so ein Wasser, ne? Da könnte man das machen. Also hier ist wo mal ein, zwei. Klo? Die ist da freien Lauf gelassen. Dann komm mal so. Das ist ja gerade das geile, als solches Spiel. Man kann so viele Ideen nicht mehr reinbringen. So. Oh, sieht definitiv pass aus hier mit der Decke. Ja. Das wird schon eher... Falsch gesetzt. So. Wo sind die Tür hin? Ach immer noch? Ich dachte, die hat mal abgebaut. Ne, habe ich nicht. Ich habe sie nicht abgebaut. Ich habe sie nicht abgebaut. Hauf geht's. So. Da. So. Äh. Die hat ich glaube anders setzen müssen. Sieht ein bisschen komisch von innen aus. So blöd, die ungerade Zahl, drei. Ah. Schon besser. Ähm. um was so Oh, die Steine könnten fast reichen. Ups. Au. Hast du noch Treppen? Also diese Treppenstufen, ja. Ein paar habe ich noch. Müssten hier noch welche hin? Hm, 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 hm. Hier außen. Oder hast du die jetzt überall weg gemacht? Ah, reingeflogen. Welche Treppen? Wo wolltest du die Treppen hin haben? Und hast du hier wieder, so wie du es da hinten gemacht hast? Alter, sah schon ganz geil aus mit den Treppen hier dazwischen. Ich habe jetzt versucht mit Slaps, das ist nicht so. Ich habe gedacht, das geht, aber ich habe es auch vergessen. Das zeigt ja unten nur Luft an. Muss ich wieder wegmachen. Ach, passt schon. Dir kannst du ja lassen. Ich habe jetzt schon mal die Steine ausgegangen. Ja, vor Arbeit machst du mal hier die Slaps. Und die Slaps sind auch alle. Nein! Oh, seid ihr noch da? Ich bin noch da. Wallard hat gerade das Spiel verlassen und ist aus dem TS raus. Ist aber komisch. Ich gehe mal an, dass ein Router neu startet. Stimmt ja, sowas gibt es ja auch noch. Hat mein Router komischerweise so gut wie nie. Da merkst du es halt mal nicht. Ja, wenn es neu startet, ändert sich immer der IP. Ich. Aber es wird dunkel draußen. Und ihr seid ja jetzt nur auf dem Server und habt ja festgestellt, die IP hat sich nicht geändert. Dementsprechend hatte ich auch keinen Router neu startet. Weißt du, was ich meine? Ja, war die Songsabmeldung. So. Ich bin drin. Ich bin unterwegs. Ich versuche zu rennen. Nacht, John Boy. Oh, hier ist schon das Gammelflech unterwegs. Und jetzt schnell schlafen. Was machst du eigentlich gerade die ganze Zeit, Tuffi? Bäume gefällt. Ach, Bäume. Die ganzen Bäume abgerupte, die habe ich dran. Der Holz, oh. Da draußen brennen sie schon, Lüger. Lüger, leben und leben lassen. Solange die mich nicht anfassen, ist alles schick. Die Creeper, ne, leider nicht. Aber da macht man ja ein Loch da hinten rein, ne? Äh, ja, der Trick ist, du musst den schlagen und dann schnell abhauen. Am besten während des Sprunges. Dann fliegt der zurück. Ich habe den Schaden gerade noch nicht mehr behoben vom letzten Mal, weil ich den Schaden ja gesehen habe. Ich habe gerade mal sieben Erde hier. Ja, ich habe noch einen Rest mit, mache ich dann zu. Moinsen. Hallo, ne? Moinsen. Was war los? Ja, es hat PK das ganze Rechner runtergefahren. Was? Ich weiß nicht warum, vielleicht zu heiß geworden oder was? Super komisch. Ja, ist blöd. Ich denke, was ist denn jetzt los? Und dann war alles dunkel. Ja, dann haben wir es wenigstens doch in der Folge geklärt, was passiert ist. Echt blöd. Was passiert? Ja. Sonst hätte ich ja gesagt, tut mir leid, aber war mein Rechnervergleich runter. Ne, ich denke mal, es ist zu heiß geworden. Komisch. Da muss ich mal was machen. Ja. Er passiert. Passiert. Dumm gelaufen. Sollt sie es noch zu starten? Äh, wir sind bei 13 Minuten. Ich weiß nicht, ob der Tuffy noch eine Folge danach machen wollte oder nicht. Oder... Einer fehlt ja noch, ne? Was? Hä? Eine Folge fehlt ja noch. Hast du gesagt, drei Stück? Äh, müsste ich dann nochmal gucken. Also, so lange war ich doch gar nicht weg. Zumindest, das Dach, das steht schon mal fast komplett. Und, naja, es fehlt halt nur draußen, da die Treppen von dir. Und dann ist der Untergrund schon mal fertig, also das Lager. Und fehlt ja nur noch oben. So, dann leg ich mir mal die Sache angucken, wo seid ihr denn? Oh! Geht's denn hier runter? Ich bin da tatsächlich da wieder aufgewacht, wo ich... Wo er mir auch abgegangen ist. Oh, oh! Ich hab mir auf den Kopf gefallen. Und das war im Wasser. Oh! Das ist schlecht. Genau, hier müssen Kanonen rausgucken. Das ist ein friedliches Dorf. Du denkst an Krieg. Festung. Festung für ihr, geht's auch. Aber jetzt mal ne Frage. Ich weiß ne. Ja, ist das Folgenende. Oh, oben ist der Anleger, ne? Wo ist der Anleger? Oben. Deine sind schön. Grünzeuge. Duffi, ich hab für dich schon wieder... Deine grünen Steine, waren das doch die du sammelst, ne? Oder? Ne, ich sammle keine grünen Steine. Waren das nie die, die du benutzt hast? Die roten benutzt hier. Die roten und die Kies. Weil er hat hier so ein grün Zeug gehabt mit Moos. Ne, das was du meinst, ist schon wieder was anderes. Grün denn, ne? Wo bist du denn? Das hab ich mich auch gerade gefragt, wo ich bin. Wird ich nämlich nicht... Ich bin wieder im Lagerhaus. Lagerhaus? Also zu Hause? Ne, hier am Hafen. Das Gebäude wird ja hier auch der Lagerraum. Ja. Ja. Das ist ein Schmocker. Und welche Steine sind das jetzt? Äh... Moment. Ganz normalen, äh... Abgebauten von den Steinen. Und das oben sind Slaps. Andesit. Andesit. Achso. Ich dachte, das waren die, die du sammelst. Ne, ne. So, Leute. Das war's aber jetzt. Mit dieser Folge von Minecraft. Wenn's euch gefallen hat, hinterlasst doch Kommentar, Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.